Na nu, irgendetwas stimmt doch hier nicht. Ist das ein Drogentrip? Oder warum sieht hier alles so anders aus? Etwas orientierungslos und verwirrt tommelt dieser Mann durch ein Haus in Thailand. Vermeintlich sein Haus. Kurz das Gesicht abwischen, dann die Hosen runter. Zu Hause ist man schließlich unbeobachtet. Ab ins Bad. Ach nee, hier ist es nicht. Komisch. Dann lieber ins Bett. Das Schlafzimmer wird ja wohl noch oben sein. Doch er ist nicht zu Hause. Dafür Medienberichten zufolge absolut high. Zugekifft soll er sich in ein fremdes Haus verirrt haben. Der Hausbesitzer alarmiert die Polizei. Die beendet den Trip. Der Mann erholt sich im Krankenhaus von seinem Rausch. Kiffen ist in Thailand zwar legal. Solche Trips gehen allerdings zu weit. Dankeschön. Servus. Ich kann das Gefühl, selbst erforschen. Die Beendet. Kiffen ist in todoح�ń Letztensätten, die in der Mitho�ку darüber können wir uns immer mit swegenい historically. Mit confusedematsisch. Herrیںber德k